Und würde zu den Shots durchaus hingehen. Willst du noch einen Sechser haben? Ich habe noch einen Sechser über. Wenn du es nicht brauchst. Ne, ne, ich brauch es nicht. Lege ich dich auf die Straße? Boah, die Shots war, keine Ahnung, ich würde sagen so gelb die Richtung halt, aber... Achso, Scope liegt hinter dir. Achso, hast du das Vierer. Okay, nevermind, ich nehme alles zurück. Ah, Shotgun, hm. Ich frage mich gerade, ob das Bait ist oder so, weil das hört sich nicht an wie ein natürlicher Fight, ehrlich gesagt. Oder wieder so ein Bot, der gegen die Wand schießt. Ja, oder sowas. Und normalerweise sollten... Hinterm... Ja, das ist ein... Ah, hier rennt einer. Ah mein Gott. Ne, das hat man schon am Movement erkannt, dass es ein Bot war. Ich verstehe gar nicht. Was haben wir denn für eine Uhrzeit? 16 Uhr? Eigentlich sollten doch gar keine... Bei einem Bus, rechts vom Bus. Was? War das der? Ja, das war ein... Pappaufsteller. Ah mein ey. Und auf was haben die geschossen? Man weiß es nicht. Ja, das kann ich dir auch nicht so ganz sagen. Ich denke, bei dem Truck hier immer, dass man den fahren kann, weil man den in Daisy fahren kann. Ah, hier steht ein Dutch, ja nice. So warte mal, Smoke wäre ja ganz nice. Smoke brauchst du, ich hab vier. Hm...